hallo und herzlich willkommen bei einem neuen video heute habe ich einen richtigen lecker bisschen für euch wie man schon gut erkennen kann ich mach mal aus dem licht das ist der big booster 2 von panda aus dem jahr 2012 also aus der hervorragenden ersten charge wie sagt man oft kopiert und nicht erreicht mit dem extra schuss pulver auf jeden fall ist es ja heute ein begehrtes sammlerobjekt weil die kriegt man ja so eigentlich fast gar nicht mehr würde ich mal behaupten und diesen lecker bisschen möchte ich euch heute servieren sozusagen und dann fangen wir einfach mal an die packung mal auf bin übrigens auch überlegen ob ich vielleicht zu meinem 100 abonnenten special ein gewinnspiel mache wo ich dann so ein päckchen verlose allerdings bitte dann nur an leute die über 18 sind und dann auch erst zu silvester definitiv nicht an leute unter 18 die brauchen dann nicht mitmachen so das ist natürlich extrem ranzig ist ja bekannt aber wir wissen ja dass die teile richtig geil sind falls der wind wieder so doll ist ich höre nicht ich hoffe nicht dass er wieder zu doll ist ja ich würde sagen das war laut wollen wir noch mal einschmeißen ist hier keine lunge dran doch da ja die drücken ordentlich ich würde sagen machen wir noch mal machen wir noch mal dritten und dann reicht es auch glaube ich ja richtig geil also die teile haben noch richtig druck kann ich auf jeden fall nur empfehlen und ja dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen tag ja